Herzlich willkommen zu einem neuen Produkttest sowie Produkttestbericht. Heute stelle ich euch den Lucky Fish Finder Wireless vor. Am Ende des Videos zeige ich euch noch einige Produktbilder von zufriedenen Kunden, also bleibt gespannt. Den Link zum Produkt mit Rabatt und Kundenbewertungen findet ihr in der Videobeschreibung. Der Lucky Fish Finder Wireless ist ein vielseitiges und benutzerfreundliches Gerät, das speziell für Angler entwickelt wurde, die ihre Fangchancen erhöhen möchten. Dieses kompakte und tragbare Gerät nutzt eine kabellose Sonartechnologie, um Fische, Wassertiefen und Strukturen unter der Wasseroberfläche in Echtzeit zu erkennen. Egal ob vom Ufer, Boot oder Kajak aus. Der Lucky Fish Finder bietet euch klare und genaue Informationen, die euren Angelausflug erfolgreicher gestalten. Die Nutzung ist denkbar einfach. Der Fisch Finder wird ins Wasser geworfen und überträgt die gesammelten Daten drahtlos an das handliche Display, das im Lieferumfang enthalten ist. Das Display zeigt detaillierte Informationen über die Wassertiefe, die Temperatur, die Bodenstruktur und natürlich die Position der Fische. Die intuitive Benutzeroberfläche macht es leicht, alle wichtigen Daten auf einen Blick zu erfassen. Ein besonderes Merkmal des Lucky Fish Finders ist seine Vielseitigkeit. Er ist sowohl für süß als auch für Salzwasser geeignet und kann in verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden, sei es beim Uferangeln, beim Angeln vom Boot oder sogar beim Eisfischen. Der kabellose Betrieb sorgt für maximale Bewegungsfreiheit und macht das Handling besonders bequem. Der Lucky Fish Finder überzeugt zudem durch seine lange Akkulaufzeit. Mit einer vollen Ladung könnt ihr mehrere Stunden angeln, ohne euch Sorgen machen zu müssen, dass der Akku schlapp macht. Das Gerät ist kompakt und leicht, sodass es problemlos in jede Angeltasche passt und auf Reisen leicht mitgenommen werden kann. Zusammengefasst bietet der Lucky Fish Finder Wireless eine einfache und effektive Lösung für alle Angler, die ihre Ausrüstung mit einem leistungsstarken Fischfinder ergänzen möchten. Er ist leicht zu bedienen, liefert präzise Daten und ist ideal für alle, die flexibel und erfolgreich angeln möchten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.